In der Schlacht bei Molwitz, einem Dorf in Schlesien, 20 Kilometer südöstlich vom Breslau, errang Preußen am 10. April 1741 den ersten Sieg über die österreichischen Habsburger im Ersten Schlesischen Krieg. Aufmarsch. Der Einmarsch der Österreicher unter Wilhelm Reinhard von Neiberg in Schlesien im März 1741 traf die preußische Armee, die Schlesien ab Dezember 1740 bis auf die Festungen Neiße und Brieg besetzt hatte in zerstreuten Winterquartieren. Ehe Friedrich seine Armee sammeln konnte, drängen die Österreicher bis Brieg vor und trinken seine Verbindung mit Breslau und Berlin. Daher musste Friedrich die Österreicher angreifen. Entgegen der üblichen Methode, die Truppen aus der Distanz zu befehligen, hielt Friedrich II., es für nötig den Befehl über einen Flügel des ersten Treffens zu übernehmen. Wie im Falle seiner Gefangennahme vorgegangen werden sollte, legte er im Frühjahr 1741 schon seinem Minister Pode-Wilz dar. Wenn ich durch einen unglücklichen Zufall gefangen werden sollte, befehle ich Ihnen, dass Sie während meiner Abwesenheit meine Befehle nicht beachten, dass Sie meinen Bruder beraten, und dass der Staat sich zu keiner unwürdigen Handlung erniedrigt, um meine Befreiung zu erlangen. Ich bin nur König, wenn ich frei bin, jene suiz reu kui los jesuis libre. Dieser letzte Satz wurde zu einem der meist zitierten Aussprüche des Königs. Die Preußen trafen am 10. April um 7 Uhr morgens bei Mollwitz auf die im Schneesturm kampierenden Österreicher. Das Wetter lockerte im Laufe des Nachmittags auf und das preußische 20.000 Mann starke Heer mit 31 Bataillonen, 35 Eskadronen und 60 Geschützen, setzte sich um 10 Uhr trotz des tiefen Schnees in fünf Kolonnen in Richtung Mollwitz in Bewegung. Im Angesicht des überraschten Feindes entschied sich der König einen exerzermäßigen Aufmarsch in zwei Treffen zu veranstalten. Später urteilte Friedrich, ich hatte zu der Zeit nicht genug Einsicht um davon zu profitieren. Die Österreicher gewannen so Zeit sich ebenfalls in Schlachtordnung zu stellen. Ablauf Neipack hatte ebenfalls 20.000 Mann aber nur 18 Bataillone und 18 Geschütze, dagegen 86 Eskadronen. Um 13,30 eröffnete die preußische Artillerie das Feuer und ihre Geschütze brachten die Österreicher in große Bedrängnis. Gegen 14,00 Uhr entschied sich Feldmarschall Lieutenant Römer, Führer von 4.500 Kavalleristen auf dem linken Flügel der Österreicher, sich mit sechs Regimentern in Bewegung zu setzen, die Feuerzone der preußischen Artillerie zu umgehen und den rechten Flügel der Preußen unter Friedrich Graf von der Schulenburg zu attackieren. Die Preußen wichen auf ihrer rechten Seite zurück, insbesondere die Kavallerie floh und der König selbst scheiterte, als er an der Spitze des 11. Kürassier-Regiments einen Gegenangriff versuchte. Das Feuer der Infanterie, insbesondere der Grenadierbataillone Winterfeld und Bolstern, die infolge der Geländegegebenheiten zufällig auf beiden Flügeln zwischen dem 1. und dem 2. Treffen aufgestellt waren und so ein Einbruch der österreichischen Kavallerie zwischen beide Treffen verhinderten, brachte jedoch den Angriff der Kavallerie unter Römer zum Stehen. Dabei wurde der österreichische Feldmarschall Lieutenant getötet. Inzwischen hatte die österreichische Artillerie sich auf den bedrängten rechten Flügel der Preußen eingeschossen. Der König verließ in diesem kritischen Augenblick von seinem Feldmarschall Kurt Christoph von Schwerin gedrängt, der dessen Leben schützen wollte. Das Schlachtfeld und begab sich nach Oppeln, fand diesen Ort jedoch schon besetzt, ritt deshalb nach Mitternacht nach Molwitz zurück und erhielt auf dem Weg in Löwen die Nachricht, dass die Schlacht gewonnen sei. Die preußische Infanterie war nämlich nach dem Zurückweichen der österreichischen Reiterei unter Schwerinsführung wie auf dem Exerzieherplatz mit gefälltem Bayonett und klingendem Spiel vorgerückt und hatte die Schlacht entschieden. Ein am 5. November 1878 enthüllter Obelisk erinnert an den Sieg der Preußen. Fazit Die Österreicher verloren 5.340 Mann, die Preußen 5.500. Andere Quellen sprechen von 4.900 gefallenen Preußen und 4.500 gefallenen Österreichern. Oft wird der Rückzug der preußischen Kavallerie als Versagen beurteilt, was jedoch kein verwertbarer Begriff für die historische Forschung ist. Belegt ist die Beurteilung des Königs. Die Kavallerie ist es nicht wert, dass sie der Teufel hole und viele der späteren Reformen, insbesondere bezüglich der Verordnungen und Vorgaben, wie im Gefecht mit Truppenteilen wie Husaren umgegangen werden soll, lassen sich auf den Eindruck der preußischen Kavallerie bei Molwitz zurückführen. Mit diesen Vorgaben und der Ausbildung nach Molwitz wurde in der Zeit nach dem 1. Schlesischen Krieg die wirklichkeitsfremde Ausbildung der preußischen Kavallerie in der Friedenszeit vor 1740 ausgeglichen. Um die Aufklärung der gegnerischen Truppen und die Abschirmung der eigenen Kräfte zu verbessern, wurden in Preußen ab 1741 verstärkt Husarenregimente als leichte Kavallerie aufgestellt. König Friedrich II., linker Flügel-Oberst Karl Friedrich von Posadowski, General-Lieutenant Christoph Wilhelm von Kalkstein, Generalmajor Joachim Christoph von Jeze, Infanterieregiment Prinz Leopold, Generalmajor Markgraf Karl Friedrich Albrecht von Brandenburg-Schwedt, Infanterieregiment Ruchses, Generalleutnant Heinrich Karl von der Marwitz, Grenadierbataillon Kleist Generalmajor Prinz Dietrich von Anhalt-Dessau, Generalprinz Leopold von Anhalt-Dessau Generalmajor von Bredow, Grenadierbataillon Saldern Generalmajor Prinz Heinrich, rechter Flügel-General-Lieutenant Graf Adolf Friedrich von der Schuenburg, Dragonerregiment Schuenburg Generalmajor von Kleist, Grenadierbataillon Bolstern, Feldmarschall-Lieutenant Karl Joachim Freiherr von Römer, Gefallen Baron Lentulus, Kürassierregiment Hohenems Baron Holli, Dragonerregiment Römer Graf Frankenberg, erstes Treffen Graf Grünne, Infanterieregiment Franz V, Infanterieregiment Braunfeld Marschall-Lieutenant Maximilian Ulysses Braun, Infanterieregiment Karl V, zweites Treffen Graf Kolorit, Infanterieregiment Tüngen Freiherr V, Keue, Freiherr V, Berlichingen Baron Philibert, Dragonerregiment Patiani Prinz Blöckenfeld, siehe auch, Liste von Kriegen, Liste von Schlachten diejt gegen Urmei Mäßen anlП, für Sven Tina undgeañ, Schwerlibert Neu день, höchst ca. 100 Euro-Liestood boden licença signal, oder Games过 in Nanking über der Straße. Wenn Sie an ein paar Suminen betreffen, Vielen Dank.